Verrücktes Huhn Verrücktes Huhn Du bist ein Hit, das reißt uns mit und hält uns fit Verrücktes Huhn Ein herzliches Willkommen aus dem Intercenter DELFS Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter DELFS Magazines Wir melden uns aus der Sommerpause zurück Und ich habe gleich ein tolles Highlight für Sie Nämlich heuer zum ersten Mal veranstalten wir am Donnerstag Den 20. September von 16 bis 22 Uhr Die erste Oberländer Einkaufsnacht Dort gibt es ein Night Shopping Alle Shops haben bis 21 Uhr geöffnet Und an diesem Abend haben wir für Sie zwei tolle Highlights vorbereitet Zum einen unser Schlemmerbuffet Wenn Sie in einem der Shops des Intercenter DELFS Ab 40 Euro einkaufen, erhalten Sie einen dieser Gutscheine Ab 70 Euro übrigens zwei davon Mit diesen Gutscheinen können Sie in das erste Obergeschoss vor dem Prima Restaurant kommen Und sich dort beim reichhaltigen Buffet verköstigen lassen Und als zweites Highlight haben wir uns für Sie ein tolles Rahmenprogramm einfallen lassen Es kommen alle auf ihre Kosten Von klein bis groß Angefangen wird um 16 und um 18 Uhr mit dem tollen Blutschink Kinderkonzert Weiter geht es um 19 Uhr mit dem Kabarettisten Lachgas Franz Und als Taggast kommt ab ca. 20 Uhr Mark Brücher auf die Bühne Er gibt ein tolles Konzert Und danach gibt es natürlich eine Autogrammstunde Wer läuft barbrus in Regen stundenlang durch die Stadt Annalena Setz mit feurigen Blicken Alle Männer schachmatt Annalena Weiters finden Sie an diesem Abend noch einen Roulette-Tisch vom Casino Seefeld Bei dem können Sie tolle Shop-Partner-Gutscheine und Hauptpreise gewinnen Wir haben auch einen Shop-Bar-Keeper vor Ort Der für Sie leckere Cocktails mixt Übrigens die ersten 100 Gäste an der Bar erhalten diese gratis Also liebe Zuseher Die erste Oberländer Einkaufsnacht Heuer neu am Donnerstag, den 20. September von 16 bis 22 Uhr Die Shop-Partner des Intercenter DELF warten mit tollen Angeboten auf Sie Und freuen sich auf Ihren Besuch Über den Sommer hat sich natürlich wieder einiges getan im Intercenter DELFs Unter anderem haben wir einen Shop-Wechsel im ersten Obergeschoss über die Bühne gebracht Und zwar statt dem früheren Street-One haben wir jetzt einen Dom-Tailer-Kitz Der auch mittlerweile mit einem Durchgang zum altbekannten Dom-Tailer-Star verbunden ist Und für den Dom-Tailer-Kitz zuständig ist die Verkäuferin, die Andrea Andrea, hallo Gäste Du bist ja für den Shop da zuständig Seit wann gibt es euch und was bietet ihr alles an? Also uns gibt es jetzt circa einen Monat Und wir bieten von Kleinkindern, von Babys bis auf zu den großen Buben und Mädeln Eigentlich alles an, das ganze Sortiment durch Sehr gut, wie ist das Geschäft angelaufen? Gut, also die Leute sind sehr zufrieden und haben wirklich gesagt Also sowas hat da noch gefallen, also es ist wirklich ganz gut angekommen bei den Leuten Also eine tolle Bereicherung Das heißt, ihr seid für nächsten Donnerstag, für den 20. September Oberländer Einkaufsnacht gewappnet? Ja, da darf man uns total freuen, wenn ein Haufen Kremendaten und sich das da alles nochmal anschauen Sehr gut, also wie gesagt, ein neuer Star im ersten Obergeschoss Sehenswert für die Kleinen Bis Größe 176 gibt es hier alles Die Andrea berät gerne Und auch bei der Oberländer Einkaufsnacht ist natürlich Dom-Tailer-Kitz Und natürlich der Dom-Tailer-Casual daneben Für die Kunden gerne da und berät sie gerne Der zweite Shop, der sich über den Sommer hin verändert hat Ist das Schuhfachgeschäft Stiefelkönig im ersten Obergeschoss Direkt vor den Kunden liften Nach zweiwöchiger Umbauphase erstrahlt der Shop in neuem Glanz Und die Filialleitung Janine und ihr Team freuen sich auf ihren Besuch Also wie gesagt, das neue Highlight im September diesen Jahres ist die Oberländer Einkaufsnacht Am Donnerstag, den 20. September von 16 bis 22 Uhr Das Intercenter Delfs ist somit gewappnet für den Herbst, Winter 2012, 2013 Und bis dahin wünsche ich alles Gute fürs Oberland Bis bald im Intercenter Delfs Annalena 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 Annalena